Ich bin Marinette, ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich hab nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe mir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit doch die Kraft des Guten bringt. Ladybug! Ich bin Ladybug! Oh, das ist doch bestimmt eine Picknick-Decke, oder? Nicht mal annähern, Schupu. Das ist ein Cape. Das hier ist für die Superheldin der Erschaffung. Und das ist für die Super-Schurkin der Zerstörung. Capes für Catmoire und Ladybug? Nein, sie sind für einen Film. Diese Fantasie-Geschichten, die sie im Fernsehen zeigen. Bist du dann berühmt? Nein, ich bin die Kostümbildnerin. Ich spiele nicht mit. Aber wir kommen in die Nachrichten. Ich komm zu spät! Und nun kommen wir zu einem sehr originellen Projekt der François-Dupont-Schule in Paris. Clara Contar berichtet. Auf Initiative des Kunstlehrers Jean-Pierre Moletan nimmt der ehemalige François-Dupont-Schüler Thomas Astruc, der heute ein erfolgreicher Filmregisseur ist, an einem ehrgeizigen Projekt teil. Er beaufsichtigt diese Gruppe von Schülern, die die Ferien freiwillig damit verbringen, ihren eigenen Film zu produzieren. Vom Skript zum Storyboard. Nicht zu vergessen die Kostüme. Alles wird von den Schülern selbst gemacht. Mit finanzieller Unterstützung des Bürgermeisterabts. Ganz genau. In meiner Jugend habe ich selbst Regie bei einem Film geführt. Und das Beste von allem ist, dass der Film in ausgewählten Kinos gezeigt wird, dank des berühmten Produzenten Bob Roth. Was für eine große Chance für diese jungen Filmemacher und auch für die beiden Schauspielerinnen, die die Hauptrollen in diesem Film spielen. Du hast mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun. Ein Film mit meiner Halbschwester in der Hauptrolle? Lächerlich! Willst du noch eine Banane, Chloe? Ich habe gehört, die machen bessere Laune. Ich sage dir, was ich will. Ich will diesem Haufen Trottel sagen, wie es im wahren Leben läuft. In meinem Leben! Du hast mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun. Wie könnt ihr es wagen? Ihr gebt die Hauptrolle meiner Halbschwester, die aus dem Nirgendwo aufgetaucht ist, und dafür nehmt ihr auch noch Papas Geld? Äh, das wird nicht direkt von mir finanziert, sondern von der Stadt. Ist doch das Gleiche! Du! Ich hab dir gesagt, dass du wieder zurück nach New York fliegst, wenn du mir nochmal über den Weg läufst, und jetzt verfolgst du mich sogar im Fernsehen! Lass dich von deiner Schwester nicht schikanieren, Zoe. Du bist für die Rolle gemacht. Du hast sie verdient. Stimmt, und wir treffen uns morgen mit den Produzenten. Es ist also zu spät, um noch irgendwas zu ändern. Darf ich dich daran erinnern, dass dir wie allen anderen Schülern angeboten wurde, an dem Film mitzuwirken? Aber du hast abgelehnt, weil... Und ich zitiere... Milens Pullover ist hässlich, nackmalt wie ein zweijähriger, Alja ist nutzlos und Marinette ist lächerlich. Äußerst lächerlich. Was hab ich gesagt? Nur unhöflicher. Tja, ich seh das immer noch genauso. Aber wenn dieser alberne Film tatsächlich in Kinos veröffentlicht wird und jemanden zum Star macht, sollte dieser jemand ich sein. Also, ich krieg die Rolle, die meine Halbschwester spielt, denn alles, was sie besitzt, gehört mir. Banane, Chloe? Keine Sorge, Kinder, ich rede mit ihr morgen, wird alles gut laufen. Und hier ist das Büro des Produzenten Bob Roth. Überraschung! Chloe, was machst du hier? Mein alter Freund André meinte, ihr habt nichts dagegen, das Drehbuch ein wenig zu ändern, damit seine Tochter mitspielen kann. Aber das ist unmöglich, wir haben uns schon auf alles vorbereitet. Filme machen ist die Kunst der Kompromisse. Zum Schutz seiner eigenen, ich meine, der Interessen des Films muss man flexibel sein. Deswegen wird Andrés Tochter die Hauptrolle spielen. Das ist nicht im Interesse des Films. Zoe ist perfekt für die Rolle der Superheldin der Erschaffung. Der nächste Flug nach New York geht in 30 Minuten. Marinette, es macht nichts, wenn ich nicht die Hauptrolle spiele. Es gibt noch viele freie Positionen in unserer Crew. Perfekt, solange sie nicht im Film auftaucht, bin ich einverstanden. Dann haben wir einen Deal. Wir sehen uns morgen früh am Set. Tschüssi, ihr Loser. Los hier. Das ist total unfair. Weißt du, ich habe in meiner Jugend auch mal einen Film gedreht. Er hieß Einsamkeit. Papa, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Natürlich, entschuldige Schatz. Und du, Dupont Cheng, hör mit diesem schrecklichen Kostüm auf. Schlimmer geht's nicht. Deswegen passt es auch so gut zu dir, Chloe. In dieser Szene wurde die gesamte Bevölkerung in einen Schlaf versetzt. Deswegen brauchen wir jede Menge Extras. Ihr legt euch da auf den Boden. Perfekt. Hey, ich habe gerade erfahren, dass ich die Superschurke in der Zerstörung spielen soll. Und Milane ist die Superheldin der Erschaffung. Soll das ein Witz sein? Ich kriege die Hauptrolle. Ich bin die Gute, klar? Chloe, beide Rollen sind genau gleich wichtig. Bla, bla, bla. Ist mir egal. Ich spiele die Gute. Wir haben keine Zeit für all die Änderungen, Chloe. Ach, nein. Papa! Wisst ihr, es ist nicht ungewöhnlich, dass man das Drehbuch in letzter Sekunde aus Produktionsgründen umschreiben muss. Das nennt man... Blödsinn, verschwendete Zeit, das Aufgeben seiner Träume. Neufassung. Es ist alles im Interesse des Films. Szene 9, Take 1. Action. Chloe, wir warten auf deinen Einsatz. Einfallslos. Langweilig. Öde. Wir brauchen einen Superhelden-Film mit einer echten Superheldin in der Hauptrolle. Hey, was ist schwarz und gelb? Hat schöne blonde Haare? Zieht die Blicke auf sich und sorgt für einen absoluten Kassenknüller. Du redest doch nicht von dir als Queen Bee. Denn die meiste Zeit warst du eher eine Superkatastrophe als eine Superheldin. Oh, ich dachte natürlich nicht an Queen Bee. Ich dachte an einen viel originelleren Charakter. Queen, ähm... Queen Banana. Queen was? Papa! Szene 9, Take 2. Action. Oh, das ist viel besser als das lächerliche Kostüm von Dupaceng. Aber irgendetwas fehlt. Ich weiß, ich brauche ein Fahrzeug. Du brauchst kein Fahrzeug. Unsere Superhelden können fliegen. Was weißt du schon von Superhelden, Bäckermädchen? Schlaf einfach weiter, während ich... Papa! Papa! Szene 9, Take 3. Action. Wir können jetzt anfangen. Allerdings, wenn Queen Banana euch alle hier nur rumliegen sieht, hat sie nicht das Bedürfnis, euch zu retten. Sie hat das Bedürfnis, euch in den Müll zu werfen. Chloe, wir werden nicht nochmal alles ändern. Ich will gar nicht alles ändern. Wir brauchen nur eine größere Herausforderung für Queen Banana. Papa! Papa! Danke, Adria. Es ist wirklich Liebe. Lieb von dir, dass du gekommen bist, um uns zu helfen. Aber gern. Mein Vater meinte, es wäre im Interesse des Films. Hm. Er ist es wert, gerettet zu werden. Okay, können wir jetzt drehen? Hm. Wir brauchen einen neuen Bösewicht, einen super-duper Oberschurken. Hm. Ein galaktischer Imperator? Ein riesiger Oktopus, der aus dem Weltall kommt? Ein feuerspuckender Drache? Nein, nein, das ist alles langweilig. Ich will einen riesigen, gelben Gorilla, der explodierende Bananen wirft. Oh, es ist im Interesse des Films. Soll das ein Witz sein? Ich will einen echten, dynamitschleudernenden Gorilla und nicht so ein Papp-Effchen. Aber Chloe, riesige, gelbe, dynamitschleudernde Affen gibt es nicht. In allen guten Filmen gab es einen Gorilla, der irgendwas gemacht hat. Engagiert doch einen von denen. Oh, ich hab genug von euch allen. Ich mach jetzt ein kleines Schönheitsschläfchen und bis morgen habt ihr dieses Affenproblem gelöst. Vielleicht leitet uns der Zoo ein Affen, wenn wir uns gut um ihn kümmern. Wir suchen doch nicht echt nach einem riesigen, dynamitschleudernenden Gorilla. Es ist im Interesse des Films, Marinette. Es ist nicht im Interesse des Films. Es ist nicht mal mehr ein Film. Es ist Chloes Fantasie. Wir kümmern uns jetzt nur darum, Adrien aus diesem Käfig zu befreien. Dann drehen wir die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben. Das ist im Interesse des Films. Juhu! Ja! Wo ist mein riesiger Gorilla? Wo sind die anderen? Wieso ist niemand hier, um meine große Szene zu drehen? Sie haben alles gestern Abend gedreht. Wahrscheinlich sind sie gerade im Kino und zeigen den Film. Was ist... Mega-Albtraum! Harmonischer Wind! и! Wo sind sie? Wo sind sie?